Etwas. Ja. Etwas. Gibt's sonst noch etwas Neues? Exzellenzfreie Frau von Ehrenhardt haben aufrecht. Ja, 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 danke. Man sieht ihrer Nichte an, dass sie aus guter Familie ist. Sehr richtig, sehr richtig. Aber ich fürchte ein etwas schwieriger Zuwachs. Verlöhnt und trotzig. Frau Oberin fühlt sich nicht wohl. Das Herz will nicht. Aber es muss am besten sie gleich fest an die Kandare zunehmen. Ganz meiner Ansicht. Aber ich fürchte, vielleicht war es ein Fehler, mein Hardes in die Klasse von Fräulein von Bernburg zu geben. Warum? Oh, es ist nur ein Gefühl. Man soll sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Was sonst noch? Ja, die Rechnungen. Der Haushalt ist viel zu teuer. Gewiss, Frau Oberin. Aber ich weiß nicht, wo wir sonst noch sparen könnten. Die Mädchen klagen schon über Hunger. Hunger. Was heißt Hunger? Wir Deutschen haben uns groß gehungert. Diese Mädchen sollen einmal Soldatenmütter werden. Was wir brauchen, meine liebe Racket, ist Zucht, Ordnung, Abhärtung. Nicht Wohlleben und Gefühlsduselei. Armut schindet nicht, Armut ehrt. Lasst die anderen prassen. Sie werden es noch bereuen. Fertig? Ja, so, Herr von Bernburg. Und das ist eine Frau,